Liebe Wohnmoklick-Freunde, Letztend war ich auf einem Stellplatz und da habe ich alle Wohnmobile gezählt. Was mich da interessierte, war, wie viele Frauen und wie viele Männer prozentual da auf dem Platz waren. Es waren genau 50% Damen, 50% Herren. Der Anteil Hunde war bei 70%. Jetzt habe ich mir überlegt, was denn die Wohnmobilisten bei Wohnmoklick finden. Und kam zum Entschluss, dass da ja nur die Stellplätze, ab und zu ein lustiger Film über Kochen und technischer Bereich gezeigt wird. Und dann habe ich mir überlegt, soll ich nicht für die Frauen auch etwas schaffen. Dann kam mir die Idee, man könnte eine Rubrik erfinden oder dazulegen mit dem Namen Wohnmobil und die Frau. Da ich ja die genauen Bedürfnisse der Frau nicht weiss, dachte ich da an eine Person, die das gerne vielleicht übernehmen wolle. Der Haupttitel heisst Kathi. Kathi sitzt neben mir und sie ist die Redakteurin von dieser Seite. Sie wird euch ganz kurz das Konzept erklären. Kathi? Hallo liebe Wohnmoklick-Freunde und vor allem hallo liebe Wohnmoklick-Freundinnen. Für Kabeltrommeln, Sonnenpanelen oder Hubstützen interessieren wir Frauen uns doch eigentlich überhaupt nicht. Uns interessiert, was hat der Nachbar für eine Einrichtung im Wohnmobil? Was benutzt er für Pfannen? Welche sind sinnvoll zu benutzen? Was hat er für Gläser? Sind die aus Echtglas oder Plastik? Oder wie gehe ich zum Beispiel in die Stadt? Nehme ich einen Rucksack mit oder eine Handtasche? Ein ganz interessantes Thema ist doch auch die Pflege. Die Pflege im Wohnmobil und die Pflege an uns selbst. Brauchen wir einen Staubsauger oder brauchen wir nur einen Putzlappen? Bin ich im Wohnmobil leger und bin in 10 Minuten vor dem Spiegel fertig? Oder brauche ich eine Dreiviertelstunde wie zu Hause, bevor ich das Wohnmobil verlassen kann? Das sind alles Themen, die uns Frauen viel mehr interessieren als technische Sachen. Genau über solche Themen möchte ich bei Wohnmoklick für uns Frauen schreiben. Die ersten paar Beiträge sind schon online. Lest sie euch doch. Ich freue mich über Feedback. In diesem Sinne, wir lesen uns, eure Kathi.